hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video und heute kommt ein unboxing aber kein film unboxing nein 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 zwar erkläre ich euch kurz mal was los ist ich habe heute ein wir haben heute gewichteln das ist wichtig wer das nicht kennt das ist bei der eigenen klasse jetzt man sieht nach und denjenigen die man das geholt hat also junge mädchen muss man ein geschenk kaufen und ich habe heute was mega geiles gekriegt und zwar bin ich von achse ein fan muss ich sagen hier seht ihr ja schon mein shampoo was habe von achse das war glaube ich apollo ja apollo achse und das finde ich mega geil es riecht auch mega geil und dann habe ich heute das hier gekriegt das finde ich auch richtig geil das ist achse collection alaska und das finde ich mega geil und das wollte ich mal zusammen mit euch auspacken damit manche leute nämlich aus meiner schule nicht sagen können ach egal das ist ja auch scheißegal ich sehe gerade am rand hier steht ja auch noch achse hier wenn ich das am richthalter dann sieht man das zeitvoll in der schule gar nicht gesehen ok dann packe ich mal das schöne stück aus ich finde die verpackung auch mega geil also es wäre scheiße wenn da irgendwas passieren würde also kaputt geht oder so aber muss man kurz cut machen so ich habe jetzt eine ganz kurze schere geholt ich meine ich habe gerade kurze schere geholt vielleicht geht das so besser aus auf ja geht doch ich möchte mich ungern den schönen karton hier kaputt machen und oh oh jaja ist hier schon hier haben wir dann ein shampoo was mach ich denn da also so sieht das dann aus hier drinne blau dann hier shampoo und hier drunter dann gehen und dann packen wir mal zuerst das shampoo aus äh shampoo sei schon hier bodywash äh das ist was ist denn das muss ich mal ganz gut gucken also ist das äh ey das ist gerade scheiß dass ich jetzt nicht weiß ich sag einfach Duschzeug ist ja auch eigentlich äh Duschzeug ähm ja also hier ist das also so wie das hier jetzt halt ne also hier warm alter so dann alaska freshing fragrance und es riecht wow es riecht auch voll geil also das ist Duschgel das hier Duschgel jetzt weiß ich wer und äh ich muss sagen das riecht eigentlich mega geil so dann haben wir hier die pappe die man dann hier raus nehmen kann dann haben wir hier dann haben wir hier bodywash deo hier war deo ich muss aber erst kurz den karton irgendwie mal wieder so machen dass er nicht kaputt geht sooo das war der karton den werde ich mir gleich hier irgendwo hinstellen weil ich finde also der sieht mega geil aus vor allem die prägung hier so hier erkennt man dass es ein bisschen geprägt ist sieht auf jeden fall mega geil aus so dann haben wir hier das deo ähm sieht auch mega geil aus mal gucken ob es so mega geil riecht wie das Shampoo äh durchgehen warte nochmal ja das riecht auch ganz schön angenehm muss ich es zugeben riecht auch ganz schön gut sooo muss ich mal ganz kurz hier wieder beides einpacken also ich habe euch jetzt etwas gezeigt und ja aber ich wollte das halt mit euch unboxen weil ich finde das immer so schön mal so eine abwechselnd zu machen und äh ja also da äh also ich bedanke mich auf jeden fall schön zu schauen und äh jetzt kriege ich das hier irgendwie nicht mehr so richtig zu hä so und das nicht ich bedanke mich gerade dass es hier gar nicht mehr richtig zu geht also so dann war es das für heute ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss und und Untertitelung des ZDF, 2020